der tut kriegt angst sein problem ich kann über die mauer verschwinden ich habe nur wenig leben was soll ich machen eine granate schmeiß habe ich angst dass unsere mauer kaputt geht es sind zwei dieser halb offene fücher ich merke schon ich soll dich lieber sein lassen so was david kannst du mal helfen Feuerpfeile ging doch irgendwie muss man jeden pfeil einzeln anzünden musste man die vorher in irgendwas trinken oder musste man wirklich ein feuer irgendwo hinbauen oder ein fackel hinstellen und dann vorher mit mit dem pfeil durch ja ich wusste das hört sich nicht gut an ich wusste gar nicht dass du im inventar bist ich wollte mir schnell schmerztabletten einschmeißen und mir eine axt in der hand nehmen um zu helfen oder eine machete aber dann habe ich die tabletten jetzt umsonst genommen dadurch dass ich gleich wieder umgefallen bin und wieder umgefallen jetzt müssen wir irgendwann ein trichter bauen aus haus zu dass sie wirklich vorne durch den schmalen gang bloß auf auf die basis zu kommen und da kann man ja denn alles wieder voller fallen machen weißt du dauert bloß ewig da müssen wir mal auf stream bauen oder so weil sonst brauchen wir alleine acht bis zehn stunden streamen um dieses ding zu bauen ah mist bin auch da so lebst du noch ja eigentlich wollte ich direkt habe ich habe irgendeine scheiße rot aufgesammelt ok bei der steht wenn ich mich nicht gleich was er steht der wird steht ok der eine ist da und schon mal war mein schockstab nicht aufgeladen gedrückt halten meintest du doch ist schockschlag oder ja aber vielleicht ist er schon leer das kann gut sein ich wollte das ding jetzt voll weg täsern haut rein das sah rein gut muss die ganzen medikamente verschwendet aber so gut ging noch einer noch einer sagst du david da war einer ach so unser typ sitzt der er muss doch manchmal pause machen oder nicht hatte ich so verstanden aber reicht doch auch oder wir haben noch ein bisschen holz da kannst du noch verbauen und dann gehen wir schlafen und dann ist gut schon mal ein schöner zweiter stock hier in der ecke ging nicht an ach ne Ah, ne. Ich will mal gucken. Achso, das sind halbe. Ne, geht echt nicht. Müssen wir die Holzdinger für umsetzen. Durch, dass das ja irgendwie grad nicht geht. Nein, lass die da liegen. Echt schon wieder irgendein Vieh. Achso, ja. Ich will nicht mehr mit dem Ritzschlafen. Schlafen. Ich will einfach schlafen. Ich will einfach schlafen. Ich liege und schlafe. Ich liege und schlafe. Ich schlafe und liege. Der Holzstammstil geht das nicht. Das ist hell. Jetzt war Arsch und im zweiten Stock geht's jetzt, oder wie? Aber nur, weil du es mit der Schräge da ausgeglichen hast. Rasser Scheiß. Du bist ja ein Hengst, David. Ja. Aber dann kann ich doch die Hölzer hier rausnehmen, oder? Ne, dann kann ich nicht nach oben bauen. Wommer, wommer. Was, die Schrägen hier? Wo sind denn meine halben Stämme jetzt? Hier. Die liegen hier überall verteilt. Die kann ich dir manchmal ja nicht so genau sagen. Ne, die hier meine ich, Digga. Die Schrägen hier, weißt du? Wo ich drauf... Äh, guckst du mir? Hier, die hier. Das ist ja auch wegnehmen drin. Ja, kann ich. Da haben wir noch mehr Hölzer, aber gleichzeitig brauchen wir nicht. Das reicht ja, wenn der Rest so steht. Oh, hab ich runtergerutscht. Sorry, Diggi. Wollte nicht auf die Füße treten. Was haben wir getan? Aua. Hat Aua gemacht? Hat der böse Onkel Aua gemacht, ja? Ja, ein böses Aua-Onkel. Ein böses Aua-Onkel? Bist der jetzt sauer auf böses Aua-Onkel, oder? Sauer auf böse Onkel, Onkel. Der läuft immer durch die Pfanne. ... Oh, oh, okay. Ich weiß nicht, wir sind color hier... Okay. Achso, sorry. Ich hab's jetzt sogar vorher extra gedreht, ne? Ist extra falsch rum gedreht? Ja, ich hab's extra falsch rum gedreht. Ich krieg schon wieder weiblichen Besuch. Oh, bösen weiblichen Besuch. Oh, ist nicht böse. Tür! Oh, jetzt war nicht schön, oder? Weil du mich ins Feuer geschubst hast. Ja, ja. Das waren sie alle. Aber wenn die nicht Wasser mögen, dann könnte man unsere nächste Base eigentlich nicht zauber. Ich brauch mein Holz wegzuschleppen? Danke. Oh, hier ist schon der Sonne. Eine laufende Regina. Oh, die fürste die Menschen. Achso, vielleicht deswegen müssten wir auch die ganze Zeit vielleicht verbreiten, weil sonst immer wieder diese Viecher kommen. Mhm. Und halt für Knochen, weil wirklich, wenn du dir dauernd Knochenrüstung herstellen kannst, äh, war das glaube ich auch eine damals beim ersten Teil mit der besten Rüstungen. Die brauchen aber immer wieder Tape. Ja, ja. Aber davon findest du später a lot of. Und dadurch... Hat er mir jetzt echt mein Stück Holz weggetragen? Wo ist der kleine Bastard? Ja, hat er. Gib her. Ach, Mann. Ach, Mann. Natürlich. Ich schaue voll daneben und er trifft mich. Bin down. Aber... Er hat schon gegen die Mauer gehauen, deswegen... Naja. Wenn man sich hier dauernd Tabletten und Futter reinschmeißt, ist es halt scheiße, wenn man am Bauen ist. Also, find ich zumindest. Sollte man darauf verzichten, wenn man dann losgeht, logisch. Kann mich einer hochholen? Ich lieg vorne bei dem Außenschlafenplatz. Dankeschön. Was? Du bist der Außenschlafplatz. Ja. 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 So, und da wollen wir... Wie spielt er was? Wollen wir dann los? Ja, erst mal essen machen und so, oder? Also, ich bring grad ein bisschen Fleisch für euch mit. Wir müssen mit dem Fleisch jetzt nach oben, oben ist das bei, ne? Ja, ich hab das schon mal abgebaut, das soll erst mal noch runterbrennen. Muss man die Leichen da noch entsorgen? Ach, David macht schon. Aber noch dieses hintere Karo ranbauen ging nicht mehr, oder wie, David? Das letzte da an der Ecke, aber muss man ja auch nicht. Ne, das ging nicht. Und hier an, äh, an der Seite, wo der Stein ist, wo wir mal drüber hüpfen, links die Beete und rechts die Hasenfalle, da lagen noch zwei Fleischtaschen, wenn ihr die nicht mitgenommen habt. Warte, warte, bleib mal da. Na, hier. Wo ich stehe hier so mehr oder weniger zwischen mir lagen noch zwei Stück. Eine habe ich. Da ist auch noch eine, ja, danke. Die anderen lagen, wie gesagt, hier. Ne, hier sehe ich keine. Gut, dann habt ihr das schon eingesammelt. Ich hab ja noch gar keine eingesammelt. Du hast ja vorhin, äh, geschrien, dass hier was liegt. Aber ich wusste halt nicht, wohin. Weil ich ja nicht bei euch war. Ja, ich hab vier Lederbeutel, Alter. Ja. Auf unserer Base wachsen aber gut, Bären und Pilze und so, haben wir hier hinten was abgerodet haben. Auf jeden Fall recht viel. Wenn man es später mal braucht. Ja, die restlichen Leichen hier aufs Feuer oder so gepackt zum Verbrennen. Äh, nein, außer die vorne da an der Ecke, da kam ich nicht an. Oh, okay. Kriegt man nicht hier die Horsos und Knochen rum. Ich mach da drücken, Leute. Ach ne, hier ist der G. Boah! Kann ich auch. Wenn ich es nur vom Feuer nehmen will, kurz E drücken, ne? Das Fleisch. Ja. Ja. Okay. Das Richter, Herr Kollege. Der Dumm. Das Richter, Herr Kollege. Vielen Dank. Hier ist der Holzhaufen der Schande. Vielleicht alle gemischt. Dann haben wir aber schon mal ein bisschen weiter ausgebaut und so. Jetzt wollen wir halt nur noch mit dem Sortieren anfangen. Ich fang mal hier in der Ecke mit Steinen an. Davon sammelt man so viele. Ich fahr immer auf Tash. Die großen Steine kann man gar nicht ins Regal packen, ne? Gehen echt nur Kiesel. Dafür haben wir halt draußen das Lager, weißt du? Ach ja. Ja, danke, Jürsen. Ja, ist der recht. Aber in die Regale, in die zwei hier packe ich mal alles, was Naturmaterialien sind, rein. Was ist das hier eigentlich? Tierhaut. Ja, können wir auch erstmal reinpacken, das ist ja auch Natur. Acht Milliarden Blätter. Wenigstens mal ein paar Blätter rausnehmen, damit ein bisschen was im Regal liegt, falls man mal welche braucht. Bildhautaschen gucken wir uns an. Totenschädel und sowas packen wir einfach mal nebenan. Dann haben wir hier Regal, jetzt wird der Totenschädel-Regal, dann hole ich die von unten hoch gleich noch. Wir gucken auch alle schön von uns weg. Das ist ja gut. Die Totenschädel sind hier. Ne, ja. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. So, hier hinten auch noch. Da liegen immer zwei auf dem Boden, aber mehr als... Oh, fuck, ich renne. Vier kann man wohl nicht nehmen. Bauen wir das hier alles also wie so ein Tante-Emma-Laden, ja. Totenschädel habe ich. Granaten, Munition und sowas ist okay. Seile haben wir auch noch extrem viele. Die könnte ich eigentlich auch alle nach oben räumen, oder? Oh, jetzt haben wir auch ein Regal. Ein komplettes Regal, genau. Mal, ich helfe das hier erst mal. Mal, ich helfe das hier erst mal. Oh, da trägst du schon alle aus dem Regal geschmissen. Das wird da, Zeile, Regal. Ich weiß auch, man kann mehr als ich hier nehme. Mann, geh, geh. Geh, G-Man. Merk es dir doch mal. Nein, kann ich nicht. Scheiße, ich renne schon wieder. Geh. Seile habe ich. Könnte auch ein eigenes Sprengstoffregal machen eigentlich, ey. Hol dir ein Regal haben wir hier ja schon ganz gut angefangen. Okay. Könnte auch noch welche dazu packen. Ein Flare-Regal könnte man auch machen. Batterien-Metalle müsste man alles so und Chips in ein Regal schmeißen. Auf jeden Fall ein C4-Regal kann man auch noch machen, Alter. Ein Uhrenregal. Ja. Da würde ich nicht gerne neben schlafen, Alter. So viele, wenn da 100 Uhren liegen, Alter. Ich will gar nicht mehr pinnen. Dreh, Seile kann man nicht pinnen. Oh, okay. Mann, Alter. Okay, also Köpfe, Seile und Naturmaterialien sind erstmal oben. Wie war den Rest sortieren, müssen wir halt gucken. Alter, ich habe 280 Geld. Ja, ich weiß, ich habe auch schon versucht, was rauszupacken, aber dafür nimm bitte, also da, wo du das Geld oder Münzen hinpackst, da müssen sie immer liegen bleiben. Weil das alles einzeln aufzunehmen und wieder einzeln rauszupacken, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und eigentlich platzend ist das Ding ja nicht mehr, äh, Geld. Da ist noch Steine, die sollte ich mal nach oben holen. Können auch weg. Tabletten, C4, Essen, Batterien, C4. Okay, das muss man halt alles nochmal sortieren. Munition. Bären. Komm nach oben, die nehme ich auch gleich mit. Oh ne, sind schon alle rausgefallen? Dieses Feuer vor der Tür. Ja, tut mir leid. Okay, warum tut es mir eigentlich leid? Olle Kay hat es ja gebaut, nicht ich. Oben wird hier das Bärenregal. Oh, der packt es jetzt nach unten, oder? Noch sieht, dass der Markt wirklich egal ist, oder Leute? So, ein bisschen nach unten packen. Sehr schön. Geh. Dabei kloppt jemand wenigstens von draußen. Im Game, oder im echten Leben? Typ mit Sonnenbrillen, der hört sich aber sehr nach meinem Black an, Alter. Mit dem Sonnenbrand. Achso. Sieht so aus wie ein Hummer. Typ. Nein. Geil. Ich kann viele Arme glitschen. Okay. Nee, das ist mir zu blöd. Okay, alle, was Natur ist und so, habe ich mit oben genommen. Den ganzen Rest müssen wir unten halt ein anderes Mal sortieren. Das ist ja auch erstmal vollkommen egal. Das erhebt sich ja dann immer beim Wegräumen. Aber dann haben wir schon mal so ein bisschen getrennt. Also Knochen, Seile, Naturmaterialien sind schon mal oben. Magst du die ganzen Münzen auch nach oben machen? Nee, da wo jetzt großteils die Geldscheine und die Münzen liegen, das würde ich generell gerne als Geldscheine und Münzen... Ja, es war ein Scherz, weil du es vorhin schon gesagt hast. Tut mir leid. Nee, ich wollte witzig sein. Tut mir leid. Ja, hat nicht so funktioniert. Zumindest nicht bei mir. Tut mir beide leid. Ich komme gleich zu dir, dann... ...duhst du uns leid. Okay. Oh, okay. Komm rein. Ja, gut. Haben wir mal grob ein paar Sachen sortiert. Nächstes Mal können wir ja was anderes sortieren. Ich würde mich jetzt hier kurz hinstellen. Muss mal kurz auf Toilette flitzen. Und, okay, brennt schon wieder. Meinetwegen können wir dann gerne mal losreiten, um die Karte einzulösen, was die so meint. Na, die, die... Die weifunden haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Alter, was ist denn da? Wir fahren schon wieder. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Na gut, dann gehe ich jetzt ganz kurz mal auf Klo. Bin sofort wieder da. Oh, ich bin... Jetzt müssen wir mal noch was zu trinken ein. Da muss ich noch was essen und so, wie es ja nicht wie es bei euch ausschaut. Ganz gut eigentlich. Bei Usern ist alles gut, sagt er. Ja. So. Dann schmeiß ich mir mal... Scheiße. Ach doch. Das hier kann ich gleich essen. Das wollte ich eigentlich wegschmeißen. Äh... Warte mal, kann man das auch aufbauen? Verbrennt das dann irgendwann? Mal mal gucken. Da... Da sind die Arme. Cool. Kann man auch im Menü essen. Und die Animation kommt auch gut zu wissen. Gut zu wissen. Äh... Das vergammelte Bein ist jetzt wieder ein Essbares. Wer mag, kann zugreifen. Nein. Ja, im Moment schon funktioniert das, wenn du es rausschmeißt. Jo. Das ist ein Essbares. Das stecke ich mir noch ein. Vielleicht verschimmelt es ja nicht so lange, wie wir unterwegs sind. Oh. Achso, er steckt sich das so gar nicht ein oder wie? Oder wenn ich was anderes ausrüste. Na doch, auf G kannst du einfach drücken. Ah, ok. Achso, ja. Feiern, ne? Die haben auch gar nicht ausgemacht, Alter. Guck mal, komm, lass mal auf. So, pass auf da schon mal ein. Ja. Wenn ich was noch nicht hab, mach das. Wollen wir uns jetzt gleich los machen? Wollen wir uns jetzt gleich los machen? Ja. Spitzabletten, was zu trinken oder zu essen habe ich bei. Ähm, Rüstung noch anziehen, was trinken und dann können wir weiter los rein. So, mit O. Wo seid ihr? Da seid ihr. So, Jusen, weißt du noch wo es hingeht? Oder David? Richtung fluss erst mal wieder Okay Dann gucken wir mal was da los ist Oh Okay, wir haben nur drei Pfeile bei Aber dafür habe ich ein Lot of Granaten, wenn viele kommen Und drei Molles Also wenn man das kreischt Ziemlich kurz zurück nimm es in der Hand Und dann schmeiß ich Okay Und dann wüsst du noch ungefähr wo es war Und vielleicht tun wir es wo es war Also wenn wir hier in die Richtung laufen, hier in der Ecke War was ja Renden wir in eine Höhle Bei dem Lager Puh 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 Denke ich gerade falsch Ich glaube ich denke falsch Ich weiß es nicht Oder war es hier hinter Hinter dem Lager Ich bin... Hätte er jetzt vielleicht gedacht beim Lila, ne? Oh, ne war es nicht beim Grün? Beim Grün war die Karte Doch, doch, beim Grün Wir sind ja fast da Hier vorne ist ja das andere Lager Ah, okay, jetzt weiß ich wieder wo wir sind Wir sind doch Boys Klatschen oder nicht klatschen? David läuft weiter Dann lauf mal weiter War es hier unten das? Wir sind doch Hallo Wir sind doch Wir sind doch Was wissen... Wir sind doch W Rahf Es istrasought Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe, dass ich das nicht verstehe. hier war zum ausfragen da war ja auch in einem lang doch hier ging es doch auch in den untergrund aber da sind wir in den links gekommen ja das stimmt aber der typ sich in der badewanne erschossen hat ja genau oder war das da nee da war das doch doch klar sicher naja sind wir doch in diesen raum gekommen muss nicht weitergehen ja stimmt genau und da war doch das mit der keycard alle gleichzeitig ins loch ich war gerade echt hart am überlegen weil den lila nennen war ja auch noch so ein weg ihr wisst schon auch hier drin hier ist noch mal fleisch nachgespawnt die cornflakes hier sind nachgespawnt hier sind rahmen am pc genau sonst macht euch noch ein paar pfeile solange wie noch was drin ist in der patrone hier ist noch ein chip drin ist ja logisch jetzt mit dem buch nochmal das badezimmer aber im badezimmer ist nix okay ich wollte bloß auf nur mal sicher gehen gut leute dann weiter fötus okay das hatte recht das war der falsche war doch der bei dem lila ne hab ich mich doch betäuscht auch wenn ich voll vergessen guck mal noch mal auf die karte war das dann das lila da hinten oder geradezu was da oben ist wo eine hülle in der gegend ist also naja ich laufe euch einfach hinterher da wollen wir kurz pennen ist gerade nacht aber hier auch kurz und bloß was aufschlagen ich habe aber alles verballert ich habe nichts dabei also alles verballert in die regale gepackt und reicht das dreieck jetzt wirklich ja sehr schön wieder hell ich drücke ich gucke immer noch so oft auf die tastatur und merkt dass ich so viel so lange nicht mehr im rechner war es in den letzten monaten sondern viele pausen dazwischen waren was dir vieles erleichtern würde wer wenn du dir wirklich im winter auf tab setzt habe ich ich drücke aber jetzt durch die zwei mal spielen trotzdem dauernd naja und wenn du tab gedrückt jetzt dann hast du ja dann klar der wird ja wollen wir wollen wir wollen wir die 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 nahe dass der denn christian im chat gekriegt Küsschen vom G Leute, Deaver, wo bleibst du? Ja, du bist doch erst mal kurz weg und komm gleich nah Deswegen habe ich mich ein bisschen umgeguckt, habe noch ein paar Sachen eingesteckt Ich bin so ein bisschen langsamer nach vorne Aber hast du uns nicht gehört, Usen, oder? Ich habe es nicht so deutlich gehört, nee Okay Vielleicht braucht man die Beeren zum Gären Dann gibt es schön Likörchen Ah, also mit den Fliegenfilzen habe ich bis jetzt auch noch nichts Ich habe rausgefunden, wie man das benutzen kann Oh, kann man essen Nenne ich mal mit Ein bisschen aus wie fahren Oder sowas in der Art Hatte ich vorher noch nicht, habe ich gegessen Ist gut Wir generell, wo wir rumgelaufen sind Und haben ein paar Sachen mit Fragezeichen gesehen Wo ich noch nicht richtig gegessen habe und mir es eingesteckt habe Hier ist ein Radio Wart ihr hier schon? Ah, hier waren wir vorbei Ja, da sehen wir den richtigen Weg Aber, ja Die Rollenbahn offen Oh, das ist jetzt hier wieder so ein Tracker Wollte ich ja jetzt nicht punchen, oder? So Hier ist ein Gollum bei mir Einfach weiterlaufen Einfach weiterlaufen Ach, hier ist der Typ wieder, ja Der ist, der sich erhangen hat Hier ist der GPS von ihm wieder, okay Oh, erinnerungsvermögen Wo waren wir, Boys? War nicht hier oben bei dem Ding? Na, bei dem grünen, ne? Ich werde das nächste dann Weil, von da sind wir jetzt nicht gekommen Von wo wir gekommen sind Ist ja das, was hinter uns liegt Doch, von dem wir da gekommen sind Echt? Von denen da vorne links sind wir gekommen? Ja, das ist schon Braus Oder? Ne Wir sind doch grad von da hinten gekommen Wie können wir denn Ne, 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 hier rechts Ja, ich bin mir selber unsicher Digi, das sollte jetzt nicht so Ne, hier unten ist noch ein Dorf Da waren wir, glaube ich, nicht Na, unter der Attacke Er betet grad? Vielleicht bleibt er erhocken? Nein, er steht auf und hat eine Waffe in der Hand Okay Na komm doch Da hast du Oh, da ist ein großer Oh, der da war immer Oh ja Alter, der ist da unten Naja, weil der um sich rumhaut Usen muss ihn abschießen Das wird nix Lass über die kleinen Erstmal Topics machen Die kleinen Mobs gehen eigentlich Ohne Panzerung Okay, der große ist down Baby Oh, noch ein Baby Hier kommen, glaube ich, ein paar Babys Ja, hier kommen mehr Mehr Babys Hier kriegt er eure Mama Aber die tauchen immer aus dem Nichts auf Ich meine, in Höhlen hat man das ja aus dem ersten Teil bekannt Aber Wieso? Also ist ja jetzt nicht schlimm oder so Hier fliegen mal andere Vögel rum Wenn wir die handen, kriegen wir andere Federn Blaue, gelbe Müsst mal gucken, hinter euch Die landen echt nur kurz Die schwarzen habe ich auch schon gesehen Hier über mir gerade Hier oben Wenn einer mal sich versuchen will Ich kann nicht schon wieder kein Seil mehr mitnehmen Das gibt es doch nicht Ich habe doch noch keine zehn Seile eingesammelt Das ist ein Viech festgemacht Das Ritual sieht schon ein bisschen sehr hart aus Hey, unser Boy ist mitgekommen Hat den irgendeiner eingeladen? Wann können wir das Fleisch hier nicht mit dem was hier hängen? Ist nur optisches Fleisch, Dicke Schade Wäre cool, wenn man den dicken Stein noch schmeißen könnte Aber man kann mir zuhauen Aber mal gut zu essen Ah, hier ist so ein Vieh angekettet So ein großes Ja Warte Ah, hier David, komm her Ah, wer hat das aufgemacht? Na ich Warum? Weil ich mit David zusammen zuhaue Ist er gleich tot Eins, zwei, drei So, dann weiter Sofort Einfach weggeschmissen in die Wallachei, die Dose Wäre cool, wenn man die Dosen auch noch verwenden könnte So wie beim Essen Da braucht man, glaube ich, noch einen Dosenöffner Oder muss man mit einem Messer öffnen? Nee, wisstet ja nicht Halt bei den ganzen paar Dosen, die wir gefunden haben Noch nicht ausprobiert Einen Dosenöffner habe ich gehört Könnt man einen Dosenöffner öffnen? Nein, aber wir haben eine Machete Wir haben ein normales Messer Braucht man dann noch einen Dosenöffner? Im Notfall? Ja Nee, dann machst du mit dem Messer einfach rein Und machst die gleiche Bewegung Wie mit dem Dosenöffner Dann geht's auch auf Wie du drehst da ein Messer? Genau, Jusen Ja, aber ist ja auch egal Aber man könnte halt, ne Wenn Entwickler mal reinguckt Glaube ich zwar nicht, aber Man könnte aus den Sachen, die man wegschmeißt Halt auch noch Sachen machen Ist ja einfacher, Sachen zu machen, die schon vorhanden sind Jetzt sind wir wieder hier Da unten bei dem anderen Grünen Dann waren wir da noch nicht Oder da? Nö Lass das für den Grünen gehen Und das für den Grünen gehen Hier sind wir wieder bei der Tinte Aber können wir uns ja merken Bei dem Grünen hier hinten Sind wir bei der Tinte Die brauchen wir ja Für die Drucker, die wir immer finden Aber hier ist ja auch gleich runter Zum Drucker Aber können wir uns ja merken Spawnt ja auch einmal am Tag neu Usen Okay, ich werde angegriffen Wir laufen im Kreis, Alter Das ist ja wirklich Als wenn wir uns hier verlaufen hätten Jetzt haben wir uns wieder gedreht Aber wir sind von da glaube ich gerade gekommen, Leute Da hinten, wo Kay gerade herkommt Aber das ist das Lilanen da hinten an der Insel Waren wir da schon? Nee, warte Wir laufen mal hier Oh, wir waren hier gerade zu Zum Grünen Und dann zu dem Lilanen da hinten Okay Weil ein Lilanen Ich glaube, wir müssen Ich glaube, wir sind gerade von dem Grünen gekommen Und von dem Lilanen, was da rechts hinter dem Grünen ist Oder wir laufen jetzt doch mal in eine richtige Richtung Aber wir laufen jetzt da einfach hin Hinter uns ist ja jetzt der Berg Und vom Berg aus sind wir nicht gekommen Ja, vorhin sind wir ja bei den Bergen zu den ganzen Höhlen gegangen Da waren die andere Richtung Naja, aber da waren wir ja gerade mal ganz, 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 ganz außen am Rand Wir waren ja nicht mal annähernd, was ich Berg nennen würde Mit Schnee und Eis Da war ja noch nichts Ja, genau Von hier hinten rechts sind wir gekommen Ja, genau Hier ist ja wieder das Lager, wo die Truhen bei mir nicht aufgehen Doch, die gehen auf War auch nicht das Lager, wo die Truhen nicht aufgehen Nochmal Folie Okay Also weiter Richtung Grün Ey Wenn man mal überlegt, wie groß diese Karte ist Und du kannst dann nicht weiter aus dem GPS als so, wie wir das haben Das ist ein bisschen blöd Na, wieso? Kannst du noch weiter raus tun? Ne, ich kann nicht noch weiter raus tun Dann muss ganz oft Maustaste reindrücken Dann sucht das irgendwann raus Maustaste reindrücken? Äh, Maustrad Das Rad einfach reinklicken Ah, okay Tut mir leid Ich hab gedacht, ich war schon ganz außen So, jetzt sind wir gleich an dem Punkt Bei dem waren wir bestimmt auch schon Da muss ja einer von denen sein, wo wir schon waren Auf jeden Fall auf den nach links, da waren wir noch nicht, oder Beuys? Und das, was da am Wasser ist, das Lila, ne? Na, rechts und links waren wir, glaube ich, noch nicht bei den Lila, ne? Deswegen wollte ich da ja hin Und bei den Sicherheitshabern bei dem Grünen nochmal vorbei Ja, war eins von denen, muss es sein Also, ich glaube eigentlich auch das Grüne Also, ein bisschen kurz davor Na, rechts und links waren wir, glaube ich auch was Ja,Vi Bis zum nächsten Mal.